Könnte wohl leider nicht hier sein. Dann nehme ich den Preis für ihn entgegen. Und der Preis für die mit Abstand lustigste Tischrede geht an... Präsident Obama! Ist er anwesend? Nein? Dann nehmen wir den Preis für ihn entgegen. Was für ein Traumpublikum! Das ist der Hammer! Krieg ich noch ein... was, was? Und nun wollen wir den Preis für die unlustigsten Menschen der Welt verleihen. Und die Nominierten sind... Die Deutschen. Die Japaner. Die Juppig-Eskimus der Tschutschken-Halbinsel. Und die Gewinner sind... Die Deutschen. Die Deutschen konnten heute Abend wohl leider nicht bei uns sein. Das hat nämlich den Preis für sie entgegen. Für Gott benannt. Und nun der Kathy-Griffin-Preis. Der Kathy-Griffin-Preis wird jährlich an den verliehen, der tatsächlich auftaucht, um den Kathy-Griffin-Preis entgegenzunehmen. Und der Gewinner ist... Tyler Perry. Ja! 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 droppinga! Ja! Oh Mann, ich will mich mal euch für diesen fabelhaften Preis bedanken! Oder wie Medea sagen würde... Hallelujah! Oh Gott, ist das peinlich! Schönen Nachmittag, euch! Halleluja! Ich möchte mich aussehen bei meinem Acker... Dankeschön, Tyler Perry! Ich kapier das nicht, Dad. Keiner wollte seinen Comedypreis entgegennehmen. Nur ich und Tyler Perry sind aufgetaucht. Aha. Ich hab das Gefühl, die ganze Arbeit war umsonst. Die Leute halten Comedy wohl immer noch für einen Witz. Kann doch nicht wahr sein. Hm. Mhm. Dad, ich bin traurig und fühl mich im Stich gelassen. Ich krieg nicht mal ne richtige Antwort von dir. Krieg ich wenigstens ein kleines... Was, was? Äh, was? Was? Danke, Dad. Jimmy! Die reden über deine Comedypreisverleihung in den Abendnachrichten. In den Abendnachrichten? Es interessiert doch jemanden! Das heutige Top-Thema. Eine Schule in Colorado hat die Deutschen zu den unlustigsten Menschen der Welt erklärt. Die erste alljährliche Comedypreisverleihung wurde gestern von den Schulkindern veranstaltet. Und ganz Deutschland schreit vor Empörung auf. Ja, ja, ja. Deutschland ist ein Land, um Stottluten. Und wir werden nicht dies belangt nehmen. Der Comedy-Avolden-Wahler haben sie schon auflegt. Der Comedy-Avolden-Wahler sind falsch! Ich mag der Wert abisch, da wir deutsche, scher, scher lustig sind. Wir mag...